Befragung Eine Befragung besteht darin, dass du verschiedene Menschen fragst, eventuell nach ihrer Meinung fragst oder eben auch eine Befragung machst, wie Menschen zu etwas stehen. Eine besonders schöne Technik ist auch die Befragung deines Unterbewusstseins oder die Befragung verschiedener Anteile von dir. Und darüber möchte ich besonders sprechen. Befragung des Unterbewusstseins Im Unterbewusstsein des Menschen sind viele Fähigkeiten und viele Informationen, die du bewusst gar nicht hast. Du kannst dein Unterbewusstsein fragen. Du kannst zum Beispiel fragen, liebes Unterbewusstsein, ich stehe vor der an der Entscheidung, ist es besser das zu machen oder das zu machen? Bitte, liebes Unterbewusstsein, sage mir bis Freitagmorgen, was ich tun solle. Das ist also eine einfache Befragung, die du machst. Oder du kannst auch dein Unterbewusstsein befragen im Sinne von, was willst du gerne? Du kannst dich selbst befragen oder Unterbewusstsein fragen, will ich jetzt tatsächlich essen oder will ich nicht essen? Das ist gar nicht so einfach. Natürlich, du siehst Schokolade und ein Teil von dir will das gleich essen. Aber du kannst auch dein Unterbewusstsein befragen, will ich jetzt wirklich Schokolade essen? Oder du kannst dich auch befragen, will ich jetzt Asanas üben? Will ich jetzt meditieren? Aber wenn du so fragst, wird das relativ häufig sein, dass du feststellst, die Antwort des Unterbewusstseins ist, ja, ich will jetzt etwas Gutes tun. Manchmal ist diese Befragung sogar hilfreicher als Affirmation. Ich lehre zwar, normalerweise sage dir, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag, ich freue mich darauf, in zehn Minuten mit Yoga zu beginnen. Und das ist oft gut. Aber du könntest auch eine innere Befragung machen und fragen, will ich jetzt Yoga üben? Und du wirst erstaunt sein, relativ häufig heißt es, ja. Oder will ich jetzt aufstehen? Die Antwort auf diese innere Befragung ist relativ häufig, ja. Habe also keine Angst davor, dein Unterbewusstsein zu befragen, erstens, was du willst, und zweitens, was vielleicht die richtige Entscheidung ist. Befragung verschiedener Anteile in dir. Mein Name ist Sukadev und ich habe hier Sukadev Bretz. Ich habe ein Buch geschrieben, Der Weg zur Gelassenheit. Erste Auflage hieß auch Der Königsweg zur Gelassenheit. Und ein wichtiger Aspekt dieses Buches ist die innere Befragung. Wenn du zum Beispiel irgendwo dich über etwas aufregst, was dir helfen kann, zurück zur Gelassenheit zu kommen, ist eine Befragung. Das ist eine Aufregung. Dann kannst du erst mal überlegen, wer spricht. Dann kannst du innerlich fragen, wer spricht dort? Wer regt sich auf? Und vielleicht ist es der Gerechtigkeitsminister in dir. Vielleicht ist es das kleine Kind, das sich vernachlässigt fühlt. Und dann kannst du eine Befragung machen, wer ist noch da? Und dann gibt es vielleicht nicht nur den Gerechtigkeitsminister, der sich aufregt über die Ungerechtigkeit. Vielleicht gibt es auch Frau Fürsorge, die eher sich freut, dass über einen anderen sich gekümmert wird. Und vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen, der da ist. Du kannst also in dir eine Befragung sagen, innerer Anteile. Also typischerweise gibt es einen Finanzminister in dir, der irgendwo sagt, rentiert es sich für etwas. Es gibt einen Gerechtigkeitsminister, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Es gibt eine Fürsorgeministerin, die sich um andere kümmern will. Es gibt eine Gesundheitsministerin. Es gibt eine und so weiter. Also viele Minister in dir oder viele Anteile in dir. Und du kannst also eine innere Befragung durchführen. Wer in mir will etwas sagen? Und so kannst du feststellen, es gibt in dir verschiedene Anteile, die hörst du an. Und danach triffst du als König, als Führungsperson, als entscheidende Instanz triffst du die Entscheidung, was du machen willst. Aber es ist gut, alle zu befragen und dann autonom zu einer Entscheidung zu kommen. Mehr Informationen zu all dem findest du auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de Dort kannst du zum Beispiel eingeben, der Weg zur Gelassenheit. Und dort findest du das Buch, das du auch auf unserer Internetseite bestellen kannst. Oder schaue nach, nach Gelassenheit entwickeln. Dort erfährst du noch sehr viel mehr Techniken, wie du gelassener werden kannst. Denn Befragung ist ja nur eine der vielen Techniken dazu. Befragung ist ja nur eine der vielen Techniken dazu.